Deutsche Memes die You looked Axel, let's go Dieses Video soll jemanden verletzen und geht nicht zur Dehaltung, alles klar Ich könnt mir schon vorstellen, wenn man Fischstäbchen gebratene Fischstäbchen drauf hat mit Käse überbacken, dass er schon irgendwo den einen oder anderen abholen würde Aber jetzt stellt ihr mal vor, diese Musik vom Fortnite-Gleider, die läuft einfach, stell dir das mal vor Also, Unge, ich hab schon viel von dir erlebt, Bruch, ich red grad über Fischstäbchen auf dem Sandwich Und egal was passiert, Digger, es wird nichts passieren Dann was soll passieren? Sie sehen mittlerweile echt gut aus, voll der Buddy-Bitte Ähm, ja, wie auch immer Es ist halt wirklich auch, bevor das fließt, ne, bevor die Muggi Foto-Tag So, Pagetti Weitere Pirien-Locker, Minko Ja, Dankeschön Ich spürte Arter, okay? Ich lebe Pflaume Pflaume Was haben wir? Oh, oh mein Gott Ich bin behindert Und er da hinten, er ist auch behindert Und die beiden da hinten, die auch Thomas Hain aus Frankfurt am Main, wer könnte das sein? Deine Mutter Nein, der Gewinner Und damit tschüss und bis morgen bei 10.30 Uhr Du sagst heute nicht mehr Macht ein Foto von eurem sauberen, leeren Spülbecken und druckt es aus Wenn jetzt dreckiges Geschirr im Becken steht und ihr keine Lust zu spülen habt, legt einfach das Bild auf das Geschirr und euer Becken sieht aus, als wäre es sauber Oh, 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 oh in meinem Oberkörper? Hallo? Hat nicht geklappt. Naja. Was soll man tun? Wirklich oder? Nein, mein ich ernst. Das war schon... Wallabilla? Ja, das ist schön. Also das hier war schon scharf jetzt. Nein, sag Wallabilla. Wallabilla war scharf. Kann ich aber streicheln? Versuchen. Pass auf Junge, da kommt nicht vorne. Ja, nicht mich. Das soll sein. Ich pack die Hand da weg. Mach mal streicheln mal. Ne, da vorne darfst du. Ich hab gesagt, ich muss weiter. Es gibt hier nichts für dich. Freundchen, ich hab gesagt, hier gibt's nichts. Wir fahren hier nicht zusammen jetzt unterwegs. Du musst weiter. Ich muss weiter. Jetzt, ich hab gesagt, es reicht. Sag mal, machst du einen Sockenschuss? Ich muss auf Tour. Oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. So viel. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei. Oh wei. Eigentlich sind meine drei Lieblingswörter. Ja. Quinch. Was? Quinch. 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 Sagst du absichtlich so? Ja. Quinch. 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 Ja. Äh, äh. Du meinst aber nicht cringe. Quinch. Ja, ich kann das nicht so sprechen. Wuhu. Hahaha. Wuhu. Tja. Ob das bei euch genauso gerade ist? I doubted. Tja. Tja. Oh, Martin. Oh, das beruhigt mich. Gänsehaut. Das geht ans Herz. Also nicht den Gesamt, sondern meine Late Night Show. Heute um 23.15 Uhr. Täglich frisch geröstet. Hier bei RTL. Weiter geht's. Hahaha. 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 Also weißgoldene Daydates oder generell Daytonas oder Uhren in Weißgold von der Marke Rolex sind jetzt nicht so beliebt. Ja. Hahaha. Hahaha. Ihr kommt euch immer näher, immer näher und auf Aircon. Ah, so ein Schock. Und da können wir einfach lachen drüber. Hahaha. 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 Es ist 9 Uhr. Ich bin müde. Aber ich muss noch so viel erledigen. Was soll ich tun? Ich bin müde. Ich bin müde. Einen klingt. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde. märz april mai juni juli august september september so zucker august september du kommst doch sowieso nicht mehr zurück ja nicht mach mich doch jetzt einfach der schöne pumpe meist hätte man noch essen können das macht man doch nicht das macht einfach nicht starte mit vga rüber tatsächlich dann zu den pokémon karten ein bisschen zum schärfe wett essen das war eine wettreize auf gar keinen fall das war absolut hölle gerade absolut hölle bei mir ist richtig diesen ja nicht ein bisschen zurück jetzt wo ich nachdem ich das passwort meines eigenen accounts erraten haben das ist jetzt Bis zum nächsten Mal.